hallo herzlich willkommen zu einer weiteren folge meiner miniaturen serie und ja wir haben schon wieder einen raptor jetzt habt ihr die ganze zeit raptoren gehabt jetzt haben wir schon wieder einen aber ich nehme mal einen von den mini raptor jungen also wir haben jetzt das mini raptor reittier und ihr seht gleich einen kleinen unterschied also einen großen vielmehr der jungen ist halt einfach sozusagen als miniatur ausgewachsen wie witzig und den gibt es halt auch nur in dieser färbung ja und er ist bei er halt account gebunden und zwar kriegt man ihn für 5250 kma in den versinkenden ruinen bei axim dem händler axim und so sieht er aus und was soll ich sagen für 5000 kammer echt klasse also mir gefällt er extremst gut ich finde ihn deswegen gut weil er halt so naja ich sag jetzt mal so eine natürliche zeichnung hat also würde es diese raptoren geben hätte er wahrscheinlich in der natur auch so ähnlich ausgesehen und eben nicht wie zum beispiel der grüne im vergleich ja es extrem schick wie ich finde er hat eine ordentliche größe also im gegensatz eben zu den mini zu den jungen aber ich meine es waren halt auch junge also das ist doch einfach kleiner ist ja logisch irgendwie hat er halt auch eine echt stattliche größe wie ich finde sehr schick für wenig kammer zu bekommen in den versinkenden ruinen bei axim dem händler was will man mehr dazu sagen erst account gebunden das heißt man kann ihn also nicht im handelsposten kaufen man muss halt das kammer wirklich investieren so ist das nun mal mit account gebundenen sachen aber somit für jeden für mit wenig aufmann zu erreichen und ja dann wäre es eigentlich blöd wenn man ihn nicht holt noch bis dahin euer kubana ciao